Hallo und herzlich willkommen bei der 38. Podcast-Spezialfolge Bibel lesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir lesen von Montag bis Freitag hier das Markus-Evangelium, tauschen uns darüber aus und freuen uns, dass uns einige auch hören und kommentieren und zurückschreiben auf Fragen sind dabei. Ja, wir danken da sehr für, voll klasse. Wir haben hier eine Frage, wo wir gedacht haben, Jochen, wir haben das zusammen überlegt, dass es doch ganz gut wäre, da nochmal dezidierter drauf einzugehen. Es geht um den Abschnitt, den wir hatten aus dem Markus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 45 bis 56 war das. Da ging es um die Begegnung, wo der Herr Jesus auf dem See den Jüngern entgegenkommt und sie denken, es ist ein Gespenst. Und sie sehen ja, hier heißt es ja über ihn, dass er sie notleidend sah beim Rudern. Ja, wie konnte er das denn sehen? Da haben wir uns kurz drüber ausgetauscht in der Folge, ich weiß gar nicht, welche Folge war das? 27, 26, weiß nicht genau. Ja, wie das denn sein kann, dass Jesus auch Gott ist. Und ja, da haben wir hier eine Frage von der Jani. Wenn Jesus Gott ist, warum geht er auf den Berg und betet? Zu wem betet er? Jesus fragt auch den Vater vor der Kreuzigung, dass er den Kelch an ihm vorüber gehen lässt, wenn es sein Wille ist, also Gottes Wille. Er tut den Willen des Vaters, er fragt ihn um Erlaubnis. Wenn er nun ein und dieselbe Person ist, müsste er den Vater nicht um Erlaubnis fragen und nicht beten. Zudem könnt ihr Jesus ja nicht mit einem normalen Menschen gleichsetzen. Euer Kommentar, wie er sehen konnte, dass die Jünger in Not waren, wenn er die Augen zum Beten zum Beten zu hatte. Ja, das war mit einem Augenzwinkern, das mit den Augen zu. Also bitte, er war zwar im menschlichen Körper, aber er war immer noch eher selbst. Er hatte andere Fähigkeiten als ein Mensch. Er hatte einen Sonderstatus bei Gott. Ich muss zugeben, schreibt Jani hier, ich verstehe diese Sache noch nicht wirklich, aber das oben steht ja ganz klar in der Bibel, oder? Ja, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir das akzeptieren, das, was er über sich selbst offenbaren wollte. Ja, selbst wenn das schwierig ist für unseren menschlichen Geist und wir das nicht verstehen, nicht durchdringen. Ich denke da immer, Jochen, dann wäre Gott nicht Gott, wenn wir ihn völlig verstehen und durchdringen könnten. Aber er hat uns gemacht und er steht über uns und deswegen ist es uns auch mit unserem begrenzten Verstand gar nicht möglich, ihn zu durchdringen. Aber wir haben Gottes Wort und darüber, da sehen wir schon sehr viel. Da offenbart sich Gott in seinem Wort und wir können erkennen, wer er ist. Und es ist, mir scheint es so, dass er gar nicht diese Dinge erklärt, sondern wir können, er unterstützt es nur mit Bibelstellen. Also er ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und du fängst schon an zu malen, das finde ich klasse. Das hilft uns ein bisschen zu verstehen. Also gleich kriegt ihr das auch hier. Jochen, du hast dann ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich habe gedacht, ich stimme dir da ganz zu und ich stimme auch Janni, war der Name, zu. Ja, es steht auch ganz klar in der Bibel. Lass uns doch einmal kurz schauen, was wirklich klar da steht und dann werden wir das sehen, was du auch gesagt hast. Ja, letztendlich erklären können wir das nicht. Also wir haben jetzt keine Antwort auf die Frage von Janni in dem Sinne. Das ist doch ganz logisch. Nein, das übersteigt unsere Logik. Ja, auch von der Frage her, vielleicht ganz kurz. Also die Problematik ist ja hier, die Einwände gegen die sogenannte Dreieinigkeit, die sind ja direkt auf der Hand, die sind ja völlig ersichtlich. Wie kann einer drei sein? Wie funktioniert das? Wie kann der Sohn an seiner eigenen rechten Hand sitzen, wenn er doch Gott ist? Das funktioniert ja gar nicht. Wie kann Gott, so sagt Janni, wie kann Gott auch da zu sich selbst beten? Ja. Und sie spricht hier von einem Sonderstatus, den Jesus bei Gott habe. Aber da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Okay. Also ich habe hier einfach mal Gott in die Mitte geschrieben und gesagt, wie verhält sich das jetzt? Wie ist eigentlich Jesus? Jesus, in welcher Beziehung steht er zu Gott? Ja. Und da würden wir mal, das haben wir getan, aber nur ganz kurz vielleicht in den Anfang schauen. Markus 1, Vers 1, was denn da steht. Liest du? Dann kann ich schon die nächste Stelle aufschauen. Du meinst Vers 11? Vers 1. Markus 1, Vers 1. Am Anfang des Sohnes Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Okay. Also wer ist Jesus Christus? Er ist der Sohn Gottes. Und jetzt könnte man sagen, ja Sohn, das ist so zu verstehen. Sonderstatus? Nein, Sohn ist so zu verstehen. Das ist eben in der Sprache der damaligen Zeit so gewesen. Sohn ist gleich. Das können wir sehen in Markus 14 zum Beispiel, auch in den anderen Evangelien. Markus 14, Vers 61. Da geht es um die Verhandlung, zu der kommen wir ja noch später in die Verhandlung vor dem Synedrium, vor dem Hohen Rat. Und da heißt es, Vers 61, er aber schwieg und antwortete nichts. Jetzt lasse ich dich weiterlesen. Wieder fragten ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen, sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Er fragt ihn hier, bist du der Sohn des Hochgelobten, der Sohn Gottes? Und er sagt, ich bin es. Und dann heißt es ihm später, wir haben die Lästerung gehört. Wer sich Sohn Gottes nennt, der nennt sich Gott. Der ist Gott. Also ich habe hier meinen Strich und sage, Markus 1, Vers 1, in Zusammenhang zum Beispiel mit zu stellen wie 14, Vers 61, macht deutlich, Jesus ist gleich Gott. Ich mache jetzt hier ein Pfeil hin und dazwischen ein Gleichzeichen und sage, Jesus ist Gott. Warum war das denn für die Juden so klar hier, die ihn da angeklagt haben? Markus 14, haben wir das gelesen. Wenn man sich Sohn Gottes nennt, dann ist klar, dass man Gott ist. Ja, aber mein Sohn nennt sich auch Sohn des Christian und ist ja nicht Christian. Genau, aber andere Sprache, andere Sitten, du wirst identifiziert, du bist derjenige. Man konnte zum Beispiel auch sagen, jetzt ist die Zeit von Christians Vater gekommen. Und dann konnte man sagen, ja, wieso Christians Vater? Ja, Christian ist Christians Vater. Das ist alles eins. Man dachte in Kategorien von Vater und Sohn als eine Person. Also man konnte eine Zeitangabe so machen in der Zeit Davids, aber eigentlich war schon David tot und sein Sohn regierte oder so. Das konnte man durchaus tun. Solche Beispiele findet man auch in der Bibel. Und Sie sehen hier, als er sagt, ich bin der Sohn Gottes, sagen Sie, jetzt haben wir es gehört. Er lästert Gott. Er bezeichnet sich selber als Gott. Das haben wir so verstanden. Ja, wenn wir weiter gucken, in Kapitel 1, da hatten wir auch noch etwas anderes, nämlich, dass sich der Himmel öffnet. Vers 11. Das hattest du, glaube ich, schon gemeint. Ja, dann lest doch mal bitte. Wo Gott sagt, die Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohl Gefallen gefunden. Nun, wenn jemand aus dem Himmel heraus ruft, was ist er dann? Wer oder was ist er dann? Dann ist er doch Gott, oder? Ja. Und wenn er den, der dort auf der Erde seinen Sohn nennt, wie würde man ihn dann nennen? Der Vater. Der Vater, oder? Ja. Also ich schreibe jetzt hier hin. Hier war von Jesus die Rede, dem Sohn. Jetzt ist vom Vater die Rede. Und was müssen wir hier machen? Wir müssen auch hier ein Pfeil machen mit einem Gleichheitszeichen und sagen, der Vater ist Gott. Das lehrt die Bibel zumindest. Markus 1, Vers 11. Ja. Und dann hatten wir auch in dem Kapitel schon von dem Geist gelesen. Und der Geist, ich glaube, Vers... Der Geist treibt dir in die Wüste, meinst du Vers 12? Genau, Vers 12 und Vers 10. Vielleicht lest du mal auch noch Vers 10. Ja. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und dann beginnt sich der Vater zu dem Sohn und Vers 12 heißt es, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Was können wir daraus schlussfolgern? Der Geist ist im Himmel, er muss also Gott sein. Der Geist gibt dem Sohn Befehl, sozusagen treibt ihn. Er muss also kein Mensch sein oder irgendeine Kraft, sondern er ist eine Person, die Gott ist. Also hier muss er gleich hin. Und gleichzeitig macht diese Geschichte schon im Kapitel 1 deutlich, dass eben Vater und Sohn nicht dasselbe sind. Also hier müssten wir einen Strich durchmachen. Vater und Sohn sind zwei Personen. Also zwei Handelnde in dieser Geschichte. Vater und Geist sind nicht gleich, denn der Vater ist in der ganzen Geschichte im Himmel noch, während der Geist ihnen herabkommt. Und Sohn und Geist sind nicht dasselbe. Also da mache ich auch einen Strich durch, weil der Geist dem Sohn befiehlt. Ja, das wird Jani jetzt vermutlich nicht sofort logisch erscheinen und niemand von uns erscheint das logisch, weil hier ist ein Gleichzeichen und ein Ungleichzeichen. Aber es ist genau das, was die Bibel sagt. Gott ist einer. Das sagt sie eindeutig vom alten Testament bis zum neuen Testament. Aber sie sagt auch, Gott ist Vater, Geist und Sohn oder wir sagen immer eine Reihenfolge Vater, Sohn und Geist. Wir nennen das drei Einheit und dieses Wort ist ja an sich schon in sich widersprüchlich drei oder eins. Das vielleicht so als kleine grafische Darstellung. Aber das hat sich ja noch einmal in einer Besonderheit gezeigt. Wir haben also jetzt, wenn wir Jesus Christus anschauen, dann wissen wir, er ist Gesundheit. Er ist Gott. Er ist nicht der Vater, er ist nicht der Geist. Aber Jesus Christus ist etwas Besonderes, weil er ist der Sohn Gottes und als Sohn Gottes kommt er aus der Ewigkeit und geht in die Ewigkeit. Er ist ohne Anfang oder Ende. Deswegen male ich hier so einen Pfeil, der einfach durchgeht. Der Sohn ist Gott ewig, hat nie angefangen, hört nie auf. Kannst du richtig schön malen. Das hatte ich ja schon mal ein bisschen vorgemalte, damit ich nicht ganz so. Ja, aber jetzt gibt es einen Zeitpunkt, den könnte man Galater 4 Vers 4 bezeichnen. Da steht nämlich in der Fülle der Zeit passiert nämlich Folgendes, dass der Sohn Gottes geboren wurde als Mensch. Deswegen habe ich hier eine Krippe gemalt. Christian hat das erkannt. Genau. So und von diesem Zeitpunkt an gibt es den Sohn Gottes auch als Sohn des Menschen. So bezeichnet er sich ja. So hattest du das auch aus Markus 14 vorgelesen. Und auch diese Existenz hört nicht auf. Also er ist geboren worden, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel als Mensch. Jesus Christus als herrlichter Mensch. Das heißt, er hat einen neuen Leib bekommen. Das sehen wir ja auch nach der Auferstehung, dass der besonders war. Der konnte durch Wände gehen. Genau. Und er konnte trotzdem essen und das Essen ist nicht durchgefallen. Also er war wirklich leiblich anfassbar. Genau. Thomas hat die Male berührt. Genau. Dieser Leib hatte sogar noch Kennzeichen des alten Leibes sozusagen. Ja. Aber doch war es ein neuer. Genau. Verherrlichter. Und als Gott hätte er ja nicht einen neuen Leib gebraucht oder so. Als Gott hatte er keinen Leib. Gott ist Geist. Gott ist Geist, ja. Aber als Mensch eben existiert er ewig. Auch das ist natürlich jetzt was, was wir nicht weiter erklären können. Aber Janir hat ja das gesagt. Es steht doch in der Bibel so klar. In der Bibel steht es tatsächlich so klar. Wir könnten mal lesen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht im Markus-Evangelium so deutlich zu finden. Aber Johannes-Evangelium. Wir haben uns nicht abgesprochen. Er sagt sofort. Ja. Lichte uns doch nochmal bitte vor. Johannes 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 14. Die ganz bekannten Stellen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich habe hier hingeschrieben. Er war bei Gott. Also das erinnert uns daran, dass er einerseits Gott. Also dass es da einen Unterschied gibt. Wenn man irgendwo ist, muss es irgendwie drei Personen geben sozusagen. Und was war er? Er war auch Gott. Also er ist Gott. Also das ist eine Gleichheit. Ja. Und Vers 14. Vers 14 lesen wir. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist genau das, was du hier mit Galater 4, 4 meinst. Genau. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Oder das heißt auch wörtlich Stiftshütte unter uns. Also zeltete unter uns. Und erinnert uns an, im Alten Testament auch die Stiftshütte in dem Volk Gottes war. Also das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also die Herrlichkeit als Sohn Gottes war in ihm zu sehen. Aber er war gleichzeitig Mensch inkarniert, sagt man, ins Fleisch gekommen. Und er bleibt Mensch in Fleisch. Aber wie du schon sagtest, in dem Auferstehungsleib. So, im Auferstehungsleib. Und genau das haben wir im Markus-Effern-Gebem gesehen. Zum Beispiel in der Stelle, die wir hatten. Lesen wir nochmal Markus 6, Vers 48, was Anlass zu dieser Frage war. Wie heißt es dort? Als er beim Ruder Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einher ging. Okay. Kurze Frage an die Experten unter uns. Wer kann auf dem See einhergehen? Nee, natürlich kein Mensch. Das habe ich schon mal versucht. Ich bin nur abgesorbt. Ohne Surfbrett. Petrus hat es auch versucht. Also ganz klar, er hat göttliche Kennzeichen. Er ist Gott. Er kann auf dem Wasser gehen. Und wir hatten dann noch Hiob gelesen, wo das gesagt wird, dass Gott so groß ist, dass er auf dem Wasser gehen kann, wenn er will. Wir könnten zum Beispiel auch Markus 4, 41 anführen. Habe ich mir extra hier hingeschrieben, damit ich den Vers nicht vergesse. Was war da passiert? Da war der Sturm gekommen und er hat dem Sturm einfach gesagt, sei jetzt still. Wer kann das machen? Ich könnte das auch machen, aber der Sturm wird nicht auf mein Wort reagieren. Aber hier steht der, der Gott ist, der sprechen kann und alles ist so. Und gleichzeitig, Markus 4, hattest du gerade schon aufgeschlagen, kannst du Vers 38 vielleicht vorlegen? Ja, kann nicht. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen und sie wecken ihn auf und sprechen sich dem Lehrer, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Muss man Gott wecken? Schläft Gott? Natürlich nicht. Das ist eine typische Beschreibung für einen Menschen, oder? Hier ist er ein Mensch, der eben schlafen muss, der Begrenzung unterliegt, wie wir alle. Der müde ist und so, der gar nicht mitbekommt, oh, was ist denn da los oder so. Das ist nicht zu erklären, aber wir sehen auch im Markus Evangelium, wenn es nicht so prägnant formuliert, wie im Johannes Evangelium wird, wir sehen eine göttliche Seite und wir sehen eine menschliche Seite. Und zwar beides nebeneinander. Jesus ist Gott und Mensch. Also, ich habe hier so einen Zettel aufgeschrieben. Da habe ich geschrieben, Jesus Christus. Und wir haben das jetzt gesehen. Er ist Gott und er ist Mensch. Und wir dürfen das nicht, so ein bisschen Gott, so ein bisschen Mensch, dreiviertel Gott, dreiviertel Mensch. Also er ist kein Halbgott zum Beispiel, wie die Griechen sagen würden. Da gab es Halbgötter. Die waren nicht so richtige Götter, sondern nur halbe Götter. Oder er ist nicht nur Gott in menschlicher Gestalt. Das gab es im Allentestament, dass Gott menschliche Gestalt annahm und zum Beispiel Abraham besuchte. Aber das ist nicht Galater 4, Vers 4. Gott wurde Mensch, nicht wahr? Und es ist auch kein göttlicher Mensch, also ein ganz toller Mensch, der immer besser wird und jetzt wird schon fast Gott oder so. Nein, er war von Anfang an und ist immer Gott. Also das hier sind alles falsche Konzepte anderer Religionen. Wir können nur sagen, dass Christentum die Bibel lehrt, Jesus Christus ist Gott und er ist Mensch. Und beides müssen wir 100% nehmen und nicht 20%, 80%, wie auch immer. Und dann gibt es noch etwas, was auch in der Frage angesprochen war. Ja, wenn es denn dann sozusagen in der Dreieinheit verschiedene Personen gibt, Gott Vater und Gott Sohn, in welchem Verhältnis stehen die denn? Da würden wir im Johannes-Evangelium lesen und würden sagen, Johannes 10 zum Beispiel, Vers 30, Johannes 17 an drei Stellen, dann würden wir sagen, Vater und Sohn sind eins. Das steht da ein paar Mal. Aber wenn wir zum Beispiel solche Stellen wie er betet zu dem Vater und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast, darauf spielte ja die Frage an. Dann sehen wir, dass es hier eine, im Wesen sind sie einst, im Wesen sind sie einst. Aber sozusagen, es gibt, wenn ich das mal so sagen darf, eine Rollenverteilung zwischen Vater und Sohn. Und diese Rollenverteilung ist durchaus unterschiedlich, nämlich ganz eindeutig, dass der Vater dem Sohn übersteht. Dass der Sohn sich freiwillig als Gott, Gott dem Vater unterordnet. 1. Korinther 11, Vers 3 wäre so ein Beispiel, wo es heißt, Christus hat Gott zum Haupt. Und gleichzeitig wird deutlich, dass Christus Gott ist. Und im Hebräerbrief lesen wir auch, dass er in dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Also, dass er als Mensch auch in den menschlichen Erfahrungen und in seinem Leiden gelernt hat, sich dem Vater unterzuordnen und ihm das fremd war. Und indem er auch diesen Gehorsam, gelernt hat. Genau. Ich schreibe 1. Korinther 11, Vers 3 hier neben. Und ich schreibe Hebräer Brief, Kapitel 5, Vers 9. Ich glaube schon, ja. Du guckst nochmal nach. Ja, ich gucke nochmal nach. Ja, diese Grafik vielleicht auch für unsere Zuschauer. Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Vers 8 und 9. Danke. Ein großes Thema, das wir hier nur anschneiden. Aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen, dass wir die Frage ein bisschen beantwortet haben. Vielleicht haben noch mehr diese Frage. Denkt darüber nach. Aber ich fand den Ansatz toll, dass hier unsere Fragestellerin sagte, das steht doch so klar in der Bibel. Wir haben jetzt festgehalten, was klar in der Bibel steht. Und wir haben auch gesagt, was wir nicht erklären können. Ja. Bei diesem Bild finde ich es auch schön, dass hier die Beziehung so deutlich wird. Denn das ist ja das, was wir auch immer wieder in den Evangelien sehen. Wie du auch gerade schon gesagt hast, der Gott und Mensch. Die Beziehung des Herrn zum Vater, der Sohn zum Vater, genau. Dass die Beziehung untereinander da ist. Und die drei auch eins sind in dem, wie sie sich uns vorstellen. Genau. Ja, sehr schön. Ja, Jochen, machen wir den Abschnitt noch, den wir eigentlich heute vor uns hatten. Das war nämlich Vers 42 im Kapitel 9. Sind wir ja mittlerweile schon. Genau. Vers 5 bis 50. Du bist hier der Wächter der Uhr. Ja, wir machen das einfach. Da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Vielen Dank für eure Geduld. Sonst wird es ein bisschen überzogen. Okay. Also ich lese Markus 9, Vers 42. Und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Kröpel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit soll, wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Oh, wieder ein interessanter Abschnitt. Tja, und wenn eines dieser Kleinen, die an mich glauben, und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, und dann kommt dieses Urteil hier, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen wird. Hier Anlass oder zum Fall bringen, kommt glaube ich aus dem griechischen Skandal abgeleitet. Unser Wort, was wir heute verwenden, bedeutet Stolperstein. Wenn jemand also einen Stolperstein für den Glauben hinlegt, für den wir es besser erkennen, mit so einem Mühlstein ins Meer geworfen. Ja, das war eine Art und Weise damals, ganz schlimme Verbrecher zu exekutieren. Ja, mit dem Mühlstein um den Hals. Das war ein ganz schwerer Stein, die normalerweise Esel drehten. Dazwischen war dann der Weizen, der dann da gedroschen wurde oder gemahlen wurde, gemahlen besser gesagt. Ja, also mit so einem Mühlstein schwimmst du nicht mehr. Da gehst du unter Todes. Ja, also wer den kindlichen Glauben einer solchen Person zerstört, das ist doch wirklich bezeichnend, dass dem Herrn das ja sagt, zu seinen Zuhörern, dass ihm das so wichtig ist. Ihr seid mir so wertvoll, ihr Jünger, dass ich das so bestrafen werde, wenn man euch eine Falle legt, dass, ja, damit kommt seine Wertschätzung für sie. Aber auch, wie schlimm das ist, anderen eine Falle zu stellen. Eine Falle, es geht hier nicht um Tod, sondern es geht um Sünde. Das macht ja die weiteren Verse deutlich. Ja, wie ein Anstoß zur Sünde gibt, also ein Stolperstein. Ja. Also zum einen die Ansprache hier, wer eines dieser kleinen, also erst mal noch bei dem Thema Kinder und übrigens ein bisschen Kapitel 10. Ich hatte noch gelesen, 10 Vers 24, da sagt er zu ihnen, die Jünger sind um ihn herum und er sagt, Kinder, wie schwer es ist, in das Reich Gottes hineinzukommen. Friedet sie als Kinder ein. Also hier dürfen sie sich auch angesprochen fühlen. Kinder, ich weiß, dass ihr schnell stolpert. Man braucht gar nicht raffiniert sein, um euch eine Falle zu stellen. Aber ich sage euch, ich werde diejenigen bestrafen und ich stelle das unter Strafe. Aber andererseits, dann ab Vers 43, nicht wahr? Ihr müsst doch auf euch selbst aufpassen, oder? Also das ist auch die Frage, die da drin steckt, wie gehen wir mit Versuchungen um? Wie gehen wir mit Versuchungen zur Sünde mit um? Ja, welche Folgen hat ein leichtfertiger Umgang mit Sünde? Denke ich, das steckt auch da drin. Ja. Wir müssen es immer vom Ende her sehen. Was ist das Ende der Sünde? Steht hier eindeutig schlussendlich die Hölle, nicht wahr? Die Hölle, ja. Übrigens noch, Jesus lehrt von Hölle, nicht wahr? Also, wenn das unangenehm ist, tut mir leid, aber das ist ganz klar Lehre Jesu. Und auch ohne Verharmlosung hier drin, nicht wahr? Ja. Wo der, wie heißt es hier, wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Das Feuer nicht erlischt, ja. Das ist eine deutliche Beschreibung, ja. Warum hat der Jesus so deutlich über Hölle gesprochen? Warum hat er so deutlich davor gewarnt? Ja, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Heute spricht man nicht mehr über die Hölle, ne? Du hast es schon angedeutet. Also, nee, über die Hölle müssen wir, wir wollen ja keine Angst machen den Leuten. Also, wir wollen doch von der Gnade und der Liebe von Jesus predigen und hören. Wir wollen doch nicht, wir wollen doch nicht mit der Hölle drohen. Also, die Zeiten sind doch wirklich vorbei. Ja. Ja, aber ich finde das schon sehr eindeutig, man könnte schon fast sagen bedrohlich, wie Jesus selbst hier redet und sagt, Leute, also, das ist ganz entscheidend, wie ihr mit den Versuchungen zur Sünde umgeht. Und das sind ja sehr krasse Maßnahmen, die er hier empfiehlt, ja. Ganz sicherlich ist das Bildersprache, nicht wahr? Also, er meint nicht wirklich, dass wir uns die Hand abhacken. Das merkt man vielleicht an dem, also, wenn man in die falsche Richtung guckt, wenn man auf was Falsches achtet, zum Beispiel neidisch ist oder so, dann würde ich ja gar nicht reichen, wenn ich dann ein Auge ausreiße. Einäugig würde ich ja immer noch neidisch gucken können, nicht wahr? Also, das ist Bildersprache, aber eine sehr krasse Bildersprache. Und wir sehen, ja, ist das wirklich ein Widerspruch zur Liebe? Ich möchte das mal auch in die Zuhörerschaft fragen. Ist es wirklich lieblos, wenn ich sage, Christian, das Haus brennt? Ist es furchtbar, wenn du jetzt hier drin bleibst, dann verbrennst du, oder ist das nicht gerade ein Beweis der Liebe, dass ich auf Gefahren Hinweise nicht habe? Absolut, das tun wir ja auch mit unseren Kindern, ja. Wir sagen, das ist eine heiße Hellplatte und das ist eine gefährliche Straße, geh da nicht alleine raus, hier ist der Zaun, hier ist Ende für dich. Wenn du da rausgehst, bedeutet das eine große Gefahr und du kannst umkommen dabei. Das erklären wir ja so. Und wir machen strenge Regeln und achten darauf, dass sie nicht den Gefahren ausgesetzt sind. Zum Schutz. Genau. Also gehört zur Liebe Gottes, dass er diejenigen bestraft, die andere Leute verführen. Aber zur Liebe Gottes gehört auch, dass er uns warnt und sagt, euch selber geht es schlecht. Es ist euch sehr zu raten, seid selbstdiszipliniert. Wenn ihr merkt, an der Stelle mit den Augen, mit den Händen, mit den Füßen, also wohin ihr geht, was ihr tut, worauf ihr achtet, wo ihr euch Bilder anschaut oder Bilder in euch entstehen lasst, seid da vorsichtig. Übt Selbstdisziplin, weil am Ende steht die Hölle. Ich warne euch. Ja. Und er redet das ja auch zu seinen Jüngern. Jünger im Englischen, da steckt auch das Wort Discipleship, Jüngerschaft, also Nachfolge, das Wort Disziplin drin. Und das ist es ja auch. Es ist ein Disziplinieren. Nicht, dass wir uns selbst zu besseren Menschen machen, das muss man schon unterscheiden. Aber Gott möchte uns nicht so lassen, wie wir sind. Ich finde das immer so furchtbar, wenn dir diese Glückwunschkarten, bleib wie du bist. Also ich will ehrlich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte, dass Jesus mich verändert durch seinen Geist und das Wirken an mir, durch sein Wort, dass ich Dinge verstehe und begreife und Veränderungen erfahre. Gerade auch im Blick darauf, wie ich auf Sünde, auf Versuchungen zu Sünde reagiere. Denn das ist das, was der Herr seinen Jüngern dir ja nahelegt. Dass er sagt, Leute, ihr müsst euch da disziplinieren. Und wenn euch irgendwie eure Augen Anlass geben, dazu zu sündigen, shut up, macht zu, guckt weg. Christian, immer wenn ich da und da das und das mache, dann falle ich in Sünde. Kannst du mir helfen? Ja. Ja, geht da nicht hin, oder? Ja, genau. Da hilft es auch nicht, wenn wir sagen, ja, Herr, hilf uns dabei oder so und das trotzdem wieder tun. Das ist einfach auch heuchlerisch und machen wir uns selber was vor. Sondern da muss man einfach Hand anlegen und praktisch werden. Ja, wie können wir denn sicher sein, dass wir nicht in der Hölle landen? Ich meine, der Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und wenn wir ihn annehmen, dann sind wir verbunden. Dann sind wir hier auch in diesem Beziehungsdreieck mit Christus und dem Vater und dem Heiligen Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Ja, wenn wir aus irgendeinem Grund diesen Glauben verwerfen, geht das? Kann man in der Hölle landen? Ich meine, er spricht ja hier zu den Jüngern. Ach so, okay, ich verstand deine Frage jetzt nicht. Oder? Wie ist das zu verstehen? Worauf wolltest du hinaus? Die Sünde wider den Heiligen Geist? Nein, darüber haben wir gesprochen. Da haben wir deutlich gemacht, dass das für Christen nicht in der Hölle kam. Ja, wie können wir uns sicher sein, dass wir da nicht landen an diesem furchtbaren Ort? Ja, dass wir wirklich jünger sind, dass wir dieses in uns spüren, diesen, ja, ich möchte nicht sündigen, ich nehme die Worte hier so ernst, wie er mich errettet, auch durch diese Zeit jetzt hier. Ja. Ist das eine Antwort, die weiterhilft? Vielleicht. Wir werden sehen. Müssen wir noch über Salz reden? Haben wir noch Zeit zum Salz reden? Ja, die letzten zwei Verse meinst du? Genau, genau, ja. Das ist ein interessanter Ausdruck, ne? Wird mit dem Feuer gesalzen werden. Wie kann man denn mit Feuer salzen? Ja, ja. Also mir hat geholfen einfach der Gedanke, dass das hier eine Zusammenstellung von verschiedenen Sätzen ist, die der Jesus an anderer Stelle gesagt hat, weil wenn wir Matthäus und Lukas lesen, dann finden wir die in einem ganz anderen Zusammenhang und das hilft mir, dass ich hier vielleicht drei Aussagen über Salz wahrnehme. Also mit Feuer salzen, das würde ich so übertragen mit, ja, durch eine Feuerprobe geben, nicht wahr? Also wenn man Salz in Wunden strahlt, wird die doch ein bisschen schlimmer. Aber okay, ich bin ja vielleicht abgehärtet. Also es gibt Proben von Gott und die machen ein Jünger fester, standfester und darum geht es ja hier, Versuchung nicht gleich anheim zu fallen. Das ist Vers 49. Vers 50, wenn da davon die Rede ist, dass Salz salzlos geworden ist oder werden kann, dann kann ja nicht mehr von Gott die Rede sein. Also Gott kann nicht salzlos werden. Also hier muss es sich um ein anderes Bild handeln, vielleicht eben, dass man dem Toten mehr Salz gewinnen konnte und also Bestandteile aus der, wo viel Salz drin war, aber auch das Salz rauswaschen konnte und dann hatte man nur noch nichts Salziges mehr, also eigentlich gar kein Salz mehr. Damals war Salz auch sehr wertvoll. Genau. Auch noch gar nicht so lange her, dass es unheimlich wertvoll war. Ach, eigentlich. 200 Jahre oder 150 Jahre oder sowas. War Salz sehr, sehr wertvoll. Damals, zu der damaligen Zeit hat man Leute sogar bezahlt mit Salz, aber das Salz war nicht so rein wie unser heutiges Salz, sondern das hat an Würzkraft verloren, war auch unreinigt und nicht so sauber. Und dann ist natürlich die Frage berechtigt, ja womit soll man den Salz noch würzen? Also wenn das Salz fad geworden ist, dann hilft es nichts mehr. Würdest du auch sagen, dass das in diesem Kontext wie auch in anderen Stellen in der Schrift auch für das Zeugnis steht? Genau, da habe ich auch dran gedacht. Matthäus 5, 13 vielleicht, ihr seid das Salz der Erde, nicht wahr? Also wenn so ein Jünger schlaff geworden ist, ausgewaschen worden ist von den ganzen Versuchungen, da hat er nichts mehr zu sagen. Dann sagen die Leute, naja, du kommst nicht in die Hölle, also so wie du lebst, tut mir leid. Ja, also ich sehe da keinen Unterschied. Also irgendwie bist du, ist bei dir die Salzkraft das Prägende, was du auf die Umwelt sein soll, das rausgewaschen. Ja, womit wollen wir das dann noch würzen? Deswegen fordert er auch auf, habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Ja, so könnte man vielleicht auch noch den dritten Aspekt hier, haltet Frieden untereinander, wenn was salzig ist, das brennt ja auch, wenn man Salz in den Augen bekommt, oder wie gesagt den Wunden oder so, dass man aber bei alledem ein prägendes Beispiel sein sollte, aber nicht ein abstoßendes, haltet Frieden untereinander, ja. Also das kann nicht sein, dass die Christen als diejenigen bekannt sind, die überall Streit suchen. Seid dabei liebevoll. Kolosser 4, Vers 6 fällt mir da ein. Würde ich ganz gern noch dazu lesen, weil da auch diese beiden Aspekte sind, wo man von Salz redet und aber auch von einem anderen. Da heißt es, Kolosser 4, Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antwortet. Also mit Salz gewürzt ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, aber auch in Gnade, nicht streitend. Alles klar, wunderbar. Wer streitet jetzt mit mir um das Ende? Ja. Nein, wir haben heute diesmal weit überzogen, aber verzeiht uns. Dafür gibt es eine Antwort auf eine Frage, die gestellt worden ist von euch. Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr uns weiterempfehlen oder uns auch schreiben, eure Fragen und Anmerkungen, Anregungen hinterlassen oder mailen podcast at heukebach.org. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. ... ... Amen.